Jetzt wird's richtig drauf, das kann ich leider nicht ändern. Heim, Wasserturm, Wochenende, Stadtfest, Dorf, Disco, Verkehrstote, Schleusenbrücke, Eichwerder, Hyperschale, Kifferkeller, Jugendclub, Marktplatz, Ege-Fuhl und die gottverdammte Stadtmauer. Flugplatz, Open Air, Überwave, Untergrund, Pulver ziehen, Schnee, Weiß kleben, bleiben, weitermachen, JVA mit 14 Jahren, alles wieder fahren, Ringenwalde, Milmersdorf, alles Templin, Uckermark. In Brandenburg liegt die Uckermark, Uckermark ist Brandenburg, Templin liegt in der Uckermark, auch Templin ist Brandenburg, das Portemonnaie ist Brandenburg. Zeig mir ein leeres Blatt, auch dort erwähne ich Brandenburg. Was soll man noch machen mit 17, 18 in Brandenburg? Was soll man noch machen mit 17, 18 in Brandenburg? Es ist nicht mal der Stoff, der einen umhaut, sondern es ist die ewige Sucherei nach dem Stoff. Das ist eine permanente Sucherei, Mann. Ich weiß noch, wie ich drei Tage schwer drauf war, Mann, war das ein Trip. Habe ich nicht gewusst, wo vorne und hinten, schweige denn oben und unten ist. Ich habe gesagt, zur Hölle mit dem Stoff, weg mit dem Blödsinn, Mann. Ich habe nichts mehr genommen, Mann, weder ein Jointgerauch noch irgendwas anderes reingezogen, für mindestens eine Woche, Mann. Da habe ich mich so wohl dabei gefühlt, dass ich wieder High werden wollte, verstehst du, Mann? Das ist eine Riesenscheiße, Mann. Der Typ ist eine Riesenscheiße, Mann, und mistake Soy. Das ist eine Riesenscheiße, Mann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.